Hochwertiges Vorderhaus mit einem geschützten Innenhof. In Köpenick trifft Altstadt-Idylle auf Industrie-Flair. Hier trifft Gründerzeit auf Moderne. So die Werbung für das Bauprojekt in der Mahlsdorfer Straße, eines von zahlreichen insolventen Bauvorhaben der Nürnberger Projekt-Immobiliengruppe. Insolvenz, was bedeutet das für mich? Das bedeutet erst mal einen Riesenschock, einen Riesenschlag. Man fühlt sich irgendwie, weiß ich nicht, den Boden unter den Füßen weggezogen. Weil hier im Prinzip das ganze Geld drin ist, wo ich meine Rente mit gesichert habe, also eine sichere Wohnung habe. Und das ist jetzt mehr oder weniger erst mal weg. Sofern es mit dem Bau nicht weitergeht. Darüber verhandelt ein Insolvenzverwalter nun mit den Bauunternehmen. Die altersgerechte Wohnung nah am S-Bahnhof Köpenick sollte auch Altersvorsorge sein. 80% sind bereits fertig gebaut und auch 80% abbezahlt. Wie und wann es jetzt hier weitergeht, ungewiss. Ich bin jetzt oder alle anderen, die hier gekauft haben, sind in Wartestellung. Eigentlich hilflos, weil wir können nichts tun. Wir können ihm keinen Druck machen. Wir können nicht anfragen. Wir müssen einfach warten. Ortswechsel. Rölkestraße in Weißensee. In dieser Baulücke samt Hinterhofgrundstück sollten 24 Stadthäuser entstehen. So der Prospekt. Ich und meine Familie, wir haben zwei Kinder. Und wir haben gedacht, das wäre unser Haus sein. Und jetzt? Und jetzt? Ja, unser Traum ist tot. Wir warten auf etwas, das vielleicht nicht kommt. Familie Mislinski muss weiter zur Miete wohnen und zusätzlich monatlich 1200 Euro Zinsen zahlen für den Kredit für die Baulücke. Denn auch diese Projektgesellschaft der Immobiliengruppe ist insolvent. Insgesamt 12 Geisterbaustellen des Nürnberger Unternehmens gibt es nun in Berlin. 800 Wohnungen werden nicht fertig gebaut. Gelackmeiert sind am Ende die Käufer, deren Ersparnisse in unfertigen Gebäuden stecken. So auch in der Malmöerstraße in Prenzlauer Berg. Der Rohbau ist fertig, alles andere ungewiss. Bis jetzt steckt ungefähr die Hälfte vom Kaufpreis drin, so ca. 250.000 Euro, die gerade unsicher sind. Wo nicht gerade klar ist, ob die vielleicht sogar verloren sind oder ob es dann doch mit dem Bau weitergeht. Die Geschädigten der Pleite der Projektimmobiliengruppe haben einen Appell an den Bausenator verfasst. Insbesondere fordern wir sie auf, sich entschlossen dafür einzusetzen, die Fertigstellung dieser Projekte beispielsweise durch die Bereitstellung von Bankbürgschaften sicherzustellen. Ich denke, auch die Politik soll daran interessiert sein, dass möglichst viele Wohnungen fertiggestellt werden. Auch die Baufirmen, die auch hier mit drin hängen, die warten auch teilweise auf Geld, dass sie entsprechend auch weiterbauen können, ihr Geld bekommen und nicht pleite gehen. Wegen gestiegener Zinsen und hoher Baupreise häufen sich die Insolvenzen. Und die Krise der Baubranche verschärft die Lage auf dem angespannten Wohnungsmarkt, ganz besonders in Berlin. Es ist, als ob einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird, sagte da gerade jemand. Es geht um Altersvorsorge, es geht um ein Zuhause, es geht um 800 Wohnungen und darum, weitere Pleiten zu verhindern. Darüber wollen wir reden mit dem Stadtentwicklungssenator. Christian Gebler, schön, dass Sie bei uns sind. Guten Abend. Also, die Wohnungskäufer wünschen sich in einem offenen Brief, der Ihnen auch zuging, dass da Bankenbürgschaften übernehmen. Können Sie dem mal antworten jetzt an dieser Stelle? Also, erst mal ist das ja ein Hilferuf, den ich auch nachvollziehen kann. Es wurden ja auch gerade geschildert, die Schicksale, die damit verbunden sind. Und auch die Ungewissheit, wie es jetzt weitergeht, dass man sagt, da muss jetzt irgendjemand helfen und Politik hat doch alle Möglichkeiten. Ich muss andererseits aber sagen, Politik kann nicht jedes private Risiko absichern und Politik hat auch nicht unbegrenzte Möglichkeiten. Hier sind wir jetzt in einem Status, wo es Insolvenzverfahren gibt, wo man auch erst mal schauen muss, werden die überhaupt eröffnet. Gibt es vielleicht doch jemanden, der vorher noch einsteigt, der das absichert? Wer ist jetzt überhaupt im Moment derjenige, der da ansprechbar ist? Also einfach Bankbürgschaften für irgendetwas zu geben, was unklar definiert ist, wo wir nicht wissen, wem gehört es eigentlich, wer macht da jetzt weiter? Das ist verständlich, aber das funktioniert so nicht. Das klingt jetzt ein bisschen nach Pech gehabt und Schulterzucken. Ich hätte jetzt ein bisschen mehr erwartet und die wahrscheinlich auch. Naja, ich muss jetzt mal sagen, das ist eine private Investition und wir sind auch sehr dafür, dass privater Wohnungsbau auch stattfindet. Aber das Risiko, dass das jetzt beim Land liegt, das kann ich so erst mal nicht akzeptieren. Also in dem offenen Brief, ich zitiere es mal, es betrifft uns als Einzelpersonen, aber es geht auch um das Schicksal Berlins. Das ist vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber wir haben auch gehört, es geht um die Baufirmen zum Beispiel, die da mit drin hängen, die möglicherweise pleite gehen, weil sie keine Kohle bekommen. Das ist richtig. Trotzdem, wir leben in einer Marktwirtschaft, in der erst mal, wenn jemand privat investiert, er auch ein Risiko damit eingebt. Der Staat kann das nicht abfedern. Weil wir müssen natürlich die Steuergelder derjenigen, die wir mitverwalten und die da überhaupt nichts von haben und nichts mit zu tun haben, gezielt einsetzen. Deshalb, wenn wir mit der Wirtschaftsverwaltung noch mal klären, was gibt es für Möglichkeiten hier eventuell aus irgendeinem Fonds zu unterstützen. Ein Silberstreff. Wo sind die Ansatzpunkte? Aber noch mal, wir müssen auch erst mal sehen, in welchem Stadium sind die Verfahren überhaupt. Und das Zweite, glaube ich, ist, dass ich dringend bitte, dass die Betroffenen sich juristische Unterstützung suchen. Weil das ist erst mal jetzt das Entscheidende, auch um ihre Ansprüche zu sichern. Das können wir auch nicht für sie erleben. Aber jeder, der da eben in eine solche privat finanzierte Wohnung zieht, der macht ja wiederum eine frei. Also insofern ist das auch unser aller Interesse. Und als Stadtentwicklungssenator können Sie doch bestimmt auch nicht froh darüber sein, dass dann irgendwelche Geisterhäuser und Ruinen gegen ihn rumstehen. Nein, gar nicht. Aber noch mal, der Staat ist jetzt nicht da, um sozusagen, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann wird nach dem Staat gewonnen, er soll es jetzt ausgleichen. Ja, sei nur mal konstruktiv. Deswegen, wenn wir schauen, mit welchen Mitteln können wir da unterstützen. Ja. Aber noch mal, erst mal müssen die Betroffenen sich selber anwaltlich unterstützen. Sie haben sich ja auch schon zusammengeschlossen. Das ist genau das Richtige. Wir werden das weiter verfolgen, auch mit den Kollegen von der Wirtschaftswahlung reden, ob es da bestimmte Töpfe gibt, aus denen man das bezahlen kann. Aber Bankbürgschaften geben wir im Moment niemandem. Auch nicht Leuten, die groß Mietwohnungen bauen. Reden auch mit dem Insolvenzverwalter? Weil ich meine, es hätte ja was Charmantes, die ganze Stadt redet über Enteignungen und sie machen Aneignungen. Das wäre doch ganz hübsch. Also ich sehe jetzt im Moment noch keinen Bezug, wo ich als Stadtentwicklungssenator mit einem Insolvenzverwalter für ein Projekt rede. Und der Insolvenzverwalter hat, glaube ich, auch erst mal andere Probleme, weil er überhaupt erst mal gucken muss, was ist an Kapital da, was ist an Wert da. Und wer ist eventuell bereit, dieses Bauprojekt fortzuführen, weil wir können auch das Bauprojekt nicht fortführen. Insofern müssen wir tatsächlich an der Stelle, so schwer das ist für die Betroffenen, erst mal sehen, wie sortiert sich das? Bei den Projekten, die Lage ist ja übrigens auch sehr unterschiedlich, da sind ja hier 39 Projektfirmen oder noch mehr. Auch das ist etwas, bei welcher Projektfirma steige ich denn jetzt ein und bei welcher nicht? Oder wer, wenn wir für was bürgen, wer steht denn da als Gegenwert eigentlich? Das muss alles geklärt werden, aber dazu muss es erst mal Klarheit geben, was ist eigentlich die Sachlage bei dem Verfahren insgesamt? Immerhin, für die Wohnungskäufer der betroffenen Projekte gibt es jetzt hier mal ein klares Nein in Sachen Bankenwirtschaft vom Stadtentwicklungssenator und dem Senator für Braun und Wohne in Berlin. Christian Gebler, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Gerne.